Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video möchte ich euch gerne meine drei E-Logs Baureihe 41 vorführen. Die grüne und die blaue Variante habe ich in früheren Videos schon mal vorgestellt. Neu dazugekommen ist die beige-türkise Variante. Damit habe ich meine drei Farbvarianten, die mir wichtig waren, zusammenbekommen. Und damit ist meine Sammlung für mich komplett. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. 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 Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.